Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ja, die Sonne ist in diesem Zyklus sehr aktiv. Das sieht man auch in den ausgewerteten Daten, die momentan zur Verfügung stehen, dass dieser Zyklus, also der 25. Sonnenzyklus, tatsächlich aktiver ist, als das erstens vorhergesagt wurde und aktiver ist als so mancher anderer Zyklus. Dadurch entstehen natürlich auch bestimmte Effekte, die wir beobachten können. Nicht nur diese wunderschönen Satellitenaufnahmen hier, wo wir immer wieder diese wunderschönen Ausbrüche sehen und die Sonnenflecken und die Flares, die man dort beobachten kann. Nein, das hat tatsächlich auch Auswirkungen auf unsere Atmosphäre und zwar auf hohe Atmosphärenschichten, nämlich zum Beispiel die Thermosphäre, die dadurch erhitzt wird. Und das hat tatsächlich Auswirkungen auf Satelliten, weil sich die Atmosphäre ausdehnt durch diesen Effekt. Aber zunächst einmal gucken wir uns ein paar Daten an bezüglich dieses Zyklus. Radiofluxprogression, das bedeutet, das ist das, was man messen kann. Also die Radiowellen, die von der Sonne ausgehen, die sind fast deckungsgleich mit den Sonnenflecken, aber es gibt auch andere Bereiche auf der Sonne, die durch eine hohe Aktivität zum Beispiel Radiowellen erzeugen. Das kann man auf der Erde messen. Und dann sieht man, also der rote Bereich, die rote Linie, die ich hier sehe, das ist die prognostizierte Welle, also bezüglich des Aktivitätszyklus, den wir momentan haben. Wir sehen, wir liegen weit darüber über der Prognose, die für den 25. Zyklus dann dementsprechend auch vorhergesagt wurde. Und ja, eine sehr interessante Geschichte. Und da sieht man auch mal wieder, die Sonne kann man einfach nicht prognostizieren. Zumindest nicht mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Das heißt also, es gibt in der Sonne Abläufe, die wir einfach noch nicht verstehen. Dadurch, dass wir so weit darüber liegen, über diesen Normalwert sozusagen, gibt es dann eben auch diese Auswirkungen. Hier sehen wir jetzt eine andere Übersicht. Das zeigt uns jetzt eben die Sonnenfleckenaktivität auf der Sonne. Das heißt also, die Anzahl der Sonnenflecken in den einzelnen Zyklen. Wir sind trotzdem nicht im Maximalbereich. Also zum Beispiel um 1900 herum gab es tatsächlich wesentlich mehr Sonnenflecken. Im Übrigen auch in diesem Zusammenhang erwähnt 1859, Carington-Ereignis. Das war auch in einer Phase, wo die Sonne sehr aktiv war. Das heißt also, momentan liegen wir weit darunter unter diesem Aktivitätsindex, der zum Beispiel damals dokumentiert wurde. Aber der 25. Zyklus, der ja noch so, also das Maximum so um 2025 erreichen soll, das heißt also, er kann nach oben ja noch ausschlagen. Das heißt also, es kann noch wesentlich aktiver werden mit der Sonne. Und das ist eben genau das, was die Wissenschaftler momentan genau beobachten. Und da kommen wir eben dann in die Thematik rein. Okay, welche Auswirkungen kann sowas haben? Also wenn die Sonne ständig sehr aktiv ist, ständig sehr viele Ausbrüche produziert, da sind auch manchmal sehr starke Ereignisse dabei. Zum Beispiel im März dieses Jahres, als es auch über Deutschland möglich war, Polarlichter zu beobachten. Das kommt nicht sehr oft vor, aber es kommt natürlich vor. Und naja, wir sind weit davon entfernt von einem Carrington Ereignis. Da wurden tatsächlich auch Polarlichter in Rom und sogar in Nordafrika gesehen. Das heißt also, das ist momentan nicht der Fall. Und so wie es momentan aussieht, ist das auch nicht der Fall oder wird es nicht der Fall sein. Aber ja, die Sonne ist eben ein Stern, ein riesiger Stern mit 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser. Und da passiert natürlich auch sehr viel logischerweise in diesem Stern. Das heißt also, dieser Index momentan über der Prognose, das heißt zwar noch nichts, aber ja, das bedeutet natürlich auch dementsprechend bestimmte Auswirkungen auf zum Beispiel Satelliten. Und hier sind wir jetzt bei der Thermosphäre. Das heißt also, ein spezieller Bereich unserer Atmosphäre, der sehr weit oben liegt, so 80 bis 300 Kilometer liegt die Thermosphäre. Und hier haben wir eben im Sonnenzyklus 25 bereits einen Peak, den der Sonnenzyklus 24 nie erreicht hat. Und das ist jetzt die angegebene Energie, die auf unsere Erde eintrifft, in Terrawatt. Das heißt also, hier haben wir also extreme Energiemengen. Das führt eben dazu, dass sich die Thermosphäre aufheizt. Das ist eine Wechselwirkung zwischen der Strahlung der Sonne und bestimmten Atomen und Molekülen in der Thermosphäre. Das erzeugt dort eine Erhitzung. Das darf man sich aber nicht so vorstellen, dass du da mit dem Thermometer messen kannst, sondern das ist die Energie, die diese Atome und Moleküle in sich tragen. Also die thermische Energie. Und das kann man unter anderem auch messen, dass dort tatsächlich mehr Energie vorhanden ist. Und das führt dann im Weiteren zur Ausdehnung der Atmosphäre. Das heißt also, unsere Atmosphäre entfernt sich etwas weiter vom Planeten weg. Das bedeutet, dass Luftmoleküle in einer Höhe vorhanden sind, 250, 300 Kilometer. Also das ist ja ein Gradient, die Atmosphäre. Da ist ja nicht plötzlich eine Wand, sondern das ist ein Gradient und das dehnt sich dann aus. Und dann sind eben auch unter anderem zum Beispiel Satelliten betroffen, die dann gesteuert werden müssen, damit sie nicht in die Erdatmosphäre komplett eindringen. Hier haben wir jetzt eine Übersicht der NASA bezüglich auch der einzelnen atmosphärischen Schichten und was sich darin eigentlich befindet. Wir haben also im oberen Bereich dann zum Beispiel die Thermosphäre und da befinden sich im Grunde genommen im Grenzbereich auch das Hubble-Weltraumteleskop. Dann haben wir weiter unten zum Beispiel internationale Raumstationen und zum Beispiel Wettersatelliten. Und die sind von diesem Effekt betroffen. Mehr Luftmoleküle bedeutet mehr Reibung. Mehr Reibung bedeutet abbremsen. Das bedeutet, dass die Triebwerke der Satelliten, die Steuertriebwerke dann aktiviert werden müssen, damit die Satelliten nicht noch weiter nach unten rutschen und dann irgendwann mal, wie gesagt, in die Erdatmosphäre eintreten. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, die sich dort abspielt. Und ja, je stärker so ein Sonnenzyklus ist, zum Beispiel jetzt momentan, desto stärker sind die Einflüsse auf diese Satelliten. Im Übrigen auch die SpaceX-Satelliten davon betroffen. Also Starlink. Das heißt also, hier haben wir dann, je nach Sonnenaktivität, immer einen Einfluss auch auf Satelliten. Wer jetzt denkt, dass das, was da oben passiert, einen Einfluss auf die Troposphäre oder gar die Stratosphäre hat, oder besser gesagt umgekehrt, Stratosphäre, Troposphäre, den muss ich leider enttäuschen. Das, was da oben passiert in 80 bis 300 Kilometern Höhe, das betrifft uns tatsächlich nicht auf der Erde. Das heißt, es hat keinen Einfluss auf das Klima und auch keinen Einfluss auf das Wetter, zumindest nicht wissenschaftlich gesehen. Natürlich, kausale Effekte gibt es immer. Alleine durch die Sonnenaktivität könnte natürlich auch ein bisschen Einfluss dadurch entstehen. Aber das ist im nicht messbaren Bereich. Das heißt also, das ist so wenig, dass man es im Grunde genommen nicht wahrnehmen und auch nicht messen kann, diese Einflüsse. Aber gut, wir werden sehen, wie sich der Sonnenzyklus jetzt weiterentwickelt. Das heißt also, wir befinden uns jetzt so in der Phase auch, sieht man jetzt momentan bei der Sonne, indem es so richtig nach oben geht. Und wir werden sehen, ob dieser Sonnenzyklus dann neue Rekorde aufstellen wird und ob es tatsächlich auch zu Ereignissen kommt, die zum Beispiel die Energieversorgung betreffen. Das ist etwas, da kann man natürlich immer wieder ein bisschen drüber diskutieren. Momentan sind die Ereignisse auf der Sonne aber in dieser Skala überhaupt nicht vorhanden. Das heißt also, ja, aber wir werden sehen, wie sich das im Laufe der Zeit jetzt entwickelt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020